Musik Musik Gut besucht ist der Wochenmarkt am Pankower Rathaus. Wer buntes, reges Treiben liebt, ist hier genau richtig. Hier trifft sich jung und alt, hier kann man ein nettes Pläuschchen halten. Auf dem Markt findet man alles, was das Herz begehrt. Die Marktschreierei ist ein bewährtes Mittel, um das Marktgeschehen zu beleben. An vielen Ständen entlang zieht sich ein reich gedeckter Tisch mit exotischem Obst, Gemüse und Früchten der Saison. Inmitten des Marktes befindet sich das kleine Taschenparadies. Frische Blumen verschönern und beleben das Ambiente. Und sind sie auch schon auf den Geschmack gekommen? Wie wär's mit Wald, Akazien oder Pistazienhonig? Der Stand gibt vieles her. Sanddornhonig ist der letzte Schrei und sehr gesund. Unterwäsche für jede Frau ist hier ein Muss. Vom Tanga bis zum Mollich warmen Hüftunterhöschen ist hier alles zu bekommen. Räucherwaren sind ein echter Leckerbissen. Kirschen, Äpfel, Erdäpfel und Beeren, frisch aus dem Berliner Umland, sind leckere Hingucker. Aber auch Original, Spreewälder Sauerkraut und Gurken lassen grüßen. Thüringer Wurst und Käse sind nicht zu verachten. Der Pankoer Wochenmarkt existiert seit über 150 Jahren. Geöffnet hat er immer dienstags und freitags von 8 bis 13 Uhr und mittwochs von 13 bis 17 Uhr. In diesem Sinne wünschen wir einen schönen Wochenmarktsbesuch. Kommen Sie mal vorbei und lernen Sie Panko von einer anderen Seite kennen. Panko TV, so sieht's aus.